was das video heute anfängt hört mir ganz genau zu morgen um 18 uhr also freitag 18 uhr kommt das größte und wichtigste update und video was ich jemals in meiner youtube karriere veröffentlicht habe leute ganz wichtig für alle duraspieler und alle die bockern bei mir zu zocken morgen also freitag 18 uhr schaltet ein kommt auf den server wir sehen uns ich freue mich auf euch heute zeige ich euch krasse redstone sachen in minecraft wo ihr noch nicht wusste dass die überhaupt funktionieren schaut euch alleine mal das hier an so damit ach okay ich sollte es jetzt auch treffen hier wir treffen das durch das verdammte lagerfeuer wird der beobachter ausgelöst und dann wird das automatisch gelöscht ein ton er tönt quasi und das ist doch mal ein schießstand für den bogen so lobe ich mir das leute hier natürlich ganz klasse klassisch auch ein aufzug am start und wir gehen ein weiter hoch und einen weiter hoch meinen auf unseren servern braucht man sowas nicht bauen wir haben da ein plugin dafür ist ja klar leute aber macht schon was her wenn man sowas in sein minecraft haus baut und jetzt kommen wir zu den spannenden sachen leute zu den ganz krassen sachen die mir persönlich auch am meisten gefallen leute ihr wisst ich habe schon immer ein faible dafür gehabt für sachen die explodieren und wir haben hier tnt kanonen vom allerfeinsten okay die werden wirklich immer krasser die tnt kanonen also wirklich bis ins unermessliche so was habe ich noch nie gesehen an tnt kanonen wir starten hier ganz klassisch der ganz klassischen tnt kanone also damit kann man eigentlich nie was falsch machen und ihr seht bis da ganz hinten fliegt das tnt okay aber das war's noch nicht leute wir haben hier noch viel mehr an tnt kanonen jetzt passt mal auf wir drücken hier mal den knopf was passiert hier erstmal wie viel tnt hier rauskommt und 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 guckt einfach mal wie weit dieses tnt ding fliegt stellt euch mal vor ihr habt eine riesen festung und das einfach umrandet mit tnt kanonen aber leute es wird noch viel krasser also solche tnt kanonen habe ich noch nie in meinem ganzen leben gesehen leute ich muss sagen ich habe nur ein paar da hinten ausprobiert noch nicht alle ihr habt gesehen das war auf jeden fall die beste tnt kanone ich je in meinem ganzen leben gesehen habe leute kann es sein dass die gerade in die luft geflogen ist von der egal wir gehen weiter wow what the fuck das ist meine tnt kanone die schießt ja einfach mal bis zum anderen ende der map bis da ganz hinten einfach krank das ist wirklich will leute wie schnell einfach wie schnell fliegt das tnt da raus ok ok das ist ein bisschen tnt vielleicht ein bisschen zu viel ok also das ding ist leute ich schwörs euch alle sachen die ich nicht vor der aufnahme ausprobiert habe weil ich dachte ich lasse mich überraschen funktionieren einfach nicht grounded 450 460 tnt werden auf einmal ausgelöst ja das ist natürlich wäre natürlich geil wenn das auch funktionieren würde ne ach der schießt glaube ich nach oben leute wow ok das hat auch was das so ein kleines tnt feuerwerk einfach ach sooo oh mein gott das ist ja mal richtig schlau wie weit fliegt denn der das ist ja mal absolut krank übrigens seht ihr hier wie weit das noch ging mit der anderen what the fuck wie weit einfach wie weit die ist ja mal richtig schlau da erst mal drauf zu kommen das muss ich mir noch mal angucken jo ich blende euch hier meine slowmo ein leute was 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 yo übertreib halt übertreib halt wahrscheinlich wie viel tnt sind denn das in der sekunde das sind das ist krass yo die hört ja gar nicht mehr auf hey geht die auch irgendwann mal leer die geht halt nicht leer und jetzt stellt euch mal vor hier steht ja mal so hart keine chance zu überleben leute wir machen sie mal aus Leute, ey Die war, die ist mein absoluter Favorit mit der einen da hinten Okay, es kann nur Besser werden, Leute Was? Habt ihr das Gesehen? Habt ihr gesehen Wie schnell das Ding da rausgeflogen Ist? Man Erkennt den fast gar nicht Man erkennt den einfach fast gar nicht Weil der so schnell da rausfliegt Habt ihr das Gesehen? Bis wohin fliegt das Ding? Nein Ey, das ist der absolute Rekord Den ich jemals gesehen hab, Leute Ich hab noch nie eine gesehen Die so weit schießen kann Das ist absolut krank, Leute Okay, das Ding Macht man hier an Sieht auch sehr interessant aus Was will das Ding machen? Okay Okay Mein Lieber Das Ding fliegt aber auch Ordentlich weit Ja, ja, ja Ihr habt's gesehen Wartet mal Wir machen's nochmal Und fliegen mal ein bisschen weiter weg Yo Wie weit fliegt denn das? Irgendwo, der fliegt noch weiter Als gerade eben Ey, ich will da gar nicht hinten hinfliegen Der fliegt ja bis nach Usbekistan Alter Okay, was hat er hier drauf? Wo macht man das Ding hier an? Hier Jo Ey Was? Redet ihr? Junge Das TNT fliegt so schnell Ich hab's gesehen Im Bruchteil einer Sekunde Aber nur Das ist mal Oh, ups Seht ihr das? Ihr seht das fast gar nicht Weil das Ding so schnell fliegt Und auch so Okay Manchmal scheint's so auszusehen Als gäbe's noch Die ein oder anderen Technischen Schwierigkeiten, Leute Hahaha Das hier ist immer noch Die absolut krankeste Die absolut krankeste TNT-Kanone Ich schwör's euch Ey, Leute Bei 222 Likes Zeig ich euch die nächste Krasse Map Ich fand's richtig geil, Leute Grüße gehen an der Stelle raus An den guten Red Bull Auf jeden Fall kreativer Name Danke für dein nettes Kommentar Wenn ihr auch im nächsten Video Drankommen wollt Schreibt auf jeden Fall auch einen Kommentar Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao Ciao